Herzlich willkommen zu unserem neuen Video von Annes Stempel Design. Ich bin Lilly und in diesem Video zeigen wir dir das Monatsstempelset August 2022 im Detail. Im August haben wir den Monatsnamen August. Ein sehr oft fotografiertes Motiv ist der Sonnenaufgang und auch der Sonnenuntergang. Und bei diesem ist das Licht wärmer als beim Sonnenaufgang. Dann kommt hoffentlich ein Tag voll Sonnenschein mit blauem Himmel. Manchmal ist es aber auch ein bedeckter Himmel und dazu eine leichte Brise. Im Urlaub erleben wir eine verführerische Entdeckungsreise. Und wenn du in den Bergen Urlaub machst, passt der Stempel Bergsommer. Und dann ist die Devise, das Leben ist ein Abenteuer. Und wenn du den Berg erklommen hast, dann bist du auf dem schönsten Aussichtspunkt und machst auf jeden Fall ein Foto. Wir senden ganz viele Urlaubsgrüße. Mit dem Stempel Biergarten kannst du auch tolle Männergeschenke verzieren. Zum Beispiel auf Verpackungen für Bierflaschen. Für den Urlaub am Strand haben wir den Stempel, soweit das Auge reicht, Sonne, Strand und Schirme. Muscheln werden am Strand bestimmt auch gesammelt. Mit dieser kleinen Muschel kannst du auch super Hintergründe gestalten. Im Sommer können wir innehalten, runterkommen, durchatmen. Vielleicht hast du auch ein bisschen Strandfeeling zu Hause. Auf jeden Fall brauchen wir dann Badelatschen. Und passend dazu gibt es als Motivstempel diese Flipflops. Ein weiterer Motivstempel ist das kleine Cocktailglas. Für vielleicht ein Aperölchen. Dafür haben wir auf jeden Fall die Kühltasche dabei. Gefüllt mit ganz viel Eiswürfel. Wir genießen unser Aperölchen vielleicht am Baggersee. Auf dem Baggersee können wir Paddelboot fahren. Egal ob auf kleiner oder großer Tour, haben wir ein Steuerrad. Im August herrscht bestimmt Badewetter. Und dann können wir Sonne tanken. Das tut uns gut. Dieser Stempel passt für eine 1,25 Inch Kreisstanze. Für manche Fotos brauchen wir ein Lach doch mal. Auf jeden Fall gönn dir mal was Gutes. Das war unser Monatsstempel August 2022 mit insgesamt 26 Text- und Wortstempel und 4 Motivstempeln. Der Monatsstempel Einzel kostet 24,89 plus Versand. Im Abo nur noch 19,99 plus Versand. Und für alle Themenstempel während deiner Abo-Laufzeit bekommst du ebenfalls einen vergünstigten Preis. Unsere Stempel werden in Deutschland hergestellt, sind immer limitiert und werden nicht nachproduziert. Gerne schauen wir uns deine Werke an. Damit wir diese auch finden, benutze den Hashtag Ich bedanke mich fürs Zuschauen, schicke liebe Grüße und bis zum nächsten Video.